So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Letzte Session dieser Woche an den US-Börsen. Verspricht ein bisschen rumpelig zum Auftakt zu werden. Aber wir kommen zunächst nach Frankfurt zu unserer Pfarrerstochter, dem Pfarrerstochter-Outfit heute. Franzi Simke, hi. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Wenn ich wüsste, genau. Aber, tja, irgendwie, ich weiß nicht, der DAX heute kommt doch nicht mehr so vom Fleck, fehlen so ein bisschen Impulse. Naja, wir haben schon auch wieder eine Handelsspanne von 200 Zählern. Also so ist es jetzt nicht, ne? Ach so. Also da ist schon auch, ja, tagestief lag bei 13.403 Punkten, 4, tageshoch bei 13.593. Also wir kommen schon vom Fleck und aktuell sind wir 1% im Minus, ne? Also 13.529 Volt ist für deine Anmord. Das mit der Pfarrerstochter könntest du auch nochmal wiederholen, vielleicht nochmal neu machen. Nein, das mit der Pfarrerstochter lasse ich. Das bleibt genauso, wie es ist. Von hier aus schwer zu erkennen. Aber dafür haben wir ja dich, dass du das einordnest. Wie ist denn die Stimmung in Frankfurt? Ja, genau. Also in der Tat auch hier etwas rumpelig. Wir haben innerhalb dieser Woche eine wahre Achterbahnfahrt gesehen. Schaukelbörse, hoch und runter ging es hier. Wir haben wirklich einiges an Bewegung hier mitgemacht. Und so richtig weiß keiner, wo die Reise hingeht. Aber Schwankungen bei Einzeltiteln sind ja anscheinend innerhalb dieser Woche das ganz große Thema. Und somit sind auch hier einige so ein bisschen nervös. Und keiner traut sich so richtig zuzugreifen, aber auch keiner traut sich so richtig mit Schwung rauszugehen. Eins steht auf jeden Fall fest. Würden wir jetzt so rund um dieses Niveau bleiben, dann haben wir um die 350 Punkte auf Wochensicht gesehen verloren. Die Fed konnte es letztlich nicht richten. Und umso gespannter sind wir auf die kommende Woche. Da steht nämlich von Seiten der Konjunktur der große US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Und auch die Berichtssaison mit angekündigten Zahlen von Seiten der DAX-Konzerne nimmt so ein bisschen aber sicher an Fahrt auf. Wirft mal einen Blick auf Einzelwerte. Cuvestro vorne mit dabei. Delivery Hero innerhalb dieser Woche einiges auf die Mütze bekommen. Heute wieder unter den Gewinnern. RWE vorne mit dabei. Daimler, da gab es heute die Zahlen. Man sticht positiv hervor. Starkes Schlussquartal. Freier Barmittelfluss wird positiv hervorgehoben. Vor allem im Vergleich zu BMW der letzten Tage. Also da läuft es gut. Auf der Verliererseite die Fresenius-Familie mit Fresenius und FMC. Die Deutsche Post schwächer, Munich Re schwächer und die Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank übrigens dann nächste Woche ja auch mit den Zahlen. Also haken wir diese Woche ab und sagen, zum Glück geschafft und auf in die nächste. Aber jetzt erst mal auf ins Wochenende. Erst mal auf ins Wochenende. Amen. Und dir ein schönes Wochenende. Bis dann. Also wir schauen jetzt mal an die US-Börsen. Hat sich jetzt so ein bisschen aufgespult das Ganze wieder. Ich habe tatsächlich schon die eine oder andere Headline gesehen. Da wird dieser Verlust an den US-Märkten jetzt in Zusammenhang gebracht mit Anlegern, die verunsichert sind, ob der Volatilität bei Einzelwerten. Ja, das Ganze kann man auch zusammenfassen. Ja, das was wir momentan bei GameStop etc. pp. sehen. So, und das sei einer der Gründe. Das muss man im Auge behalten, denn diese Headlines schaffen natürlich irgendwann auch Realität. Und wenn genügend Leute daran glauben, ja, dann wird genau das passieren. Solange das nicht passiert, ja, es ist halt so ein Single-Event. Wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Wochen darstellt. Jetzt, wie gesagt, geht es erst mal ein wenig nach unten, weil wir halt eben keine Begründungen für steigende Kursen haben. Also würden Sie mich fragen, ich würde genug finden, aber sei es drum. Mich fragt ja keiner. Ja, Elon Musk, der hat zwar nicht getwittert, das hat er zu GameStop gemacht, ja, aber er hat was ganz Interessantes gemacht. Sehen Sie hier, Bitcoin, das hat er nämlich da in sein Twitter-Profil mit reingenommen. Und das wird heute als Begründung genommen, wahrscheinlich ist es das am Ende auch, ja, das wird als Begründung genommen, weshalb der Bitcoin momentan so richtig abgeht. Und da könnten wir jetzt wieder, genau, da könnten wir jetzt vielleicht mal umschalten und dann sehen Sie, aha, aha, ja, das war ja die Konsolidierung, das ist ein Zwei-Tages-Chart übrigens. Also, es gibt zwar zwei Tage, ja, so, und da sind wir nach unten gelaufen. Das war ja diese Konsolidierungsbewegung, zeige ich Ihnen gleich nochmal in einem größeren Chart. Und hier jetzt, ah, Elon Musk findet das blaue Hufeisen gut und alles rennt dahin. Eine weitere mögliche Begründung, ja, der Anleger seien enttäuscht über die, wie soll man sagen, seien enttäuscht von den normalen Brokern und insgesamt von den anderen Vorgängen, die es da gegeben hat und würden jetzt praktisch deshalb auch verstärkt in die Kryptowährung investiert. Ja, sehr schönes Storytelling, neues Narrativ, nehmen wir gerne mit dazu. Auf jeden Fall treibt es den Bitcoin kräftig nach oben, 4000 Dollar oder so. Jetzt haben wir das Ganze mal etwas längerfristig dabei. Da sehen wir also hier diesen sehr schönen Anstieg, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten beim Bitcoin gesehen hatten. Und dann hier genau das, was wir schon häufiger mit auch in den Morgensendungen haben, dieses, letztendlich diese Konsolidierungsformation, ja, diese tieferen Hochs und dann hier unten aber die horizontale Unterstützungslinie. So, und jetzt mit diesem Anstieg heute, bumm, ausgebrochen. Ja, das wird weitere, natürlich weitere Kaufimpulse freisetzen, weil jetzt all jene kommen, die sagen, aha, ist mir doch egal, weshalb der Bitcoin steigt, aber charttechnisch sieht es geil aus. Ja, auch davon gibt es genügend und da ist jeder Käufer natürlich gern gesehen in dem Markt und deshalb jetzt, wie gesagt, die steigenden Kurse. Damit können wir relativ schnell vermutlich auch die alten Hochs im Bereich 4100 und knapp was darüber dann in Angriff nehmen. Das ging zügig. Übrigens, die historische Volatilität des Bitcoin, sie ist abnehmend. Viele Leute sehen jetzt natürlich, ah, die schwankt, ja, zweistellig 10 Prozent, 15 Prozent, aber wenn sie das historisch betrachten, dann nimmt diese Schwankungsbreite schon deutlich ab. Für all jene, die immer noch der Meinung sind, aha, das ist alles, ja, alles on fire. Ja, das sei alles auch immer nur so eine kurze Stichflamme. Ist tatsächlich nicht mehr so, je größer und je etablierter letztendlich diese Kryptowährung wird, desto weniger oder desto geringer werden die Kursschwankungen. Johnson & Johnson, da haben wir momentan doch eine relativ hohe Kursschwankung. Wir sind nämlich hier gelandet, also wir sehen etwa einen Rückgang um 5 Prozent. Weshalb das Ganze? Weil Johnson & Johnson für sein Covid, also für sein Corona-Impfstoff, einen deutlich schwächer als erwarteten oder erhofften Wert angebracht hat und veröffentlicht hat. Und deshalb kommt die Aktie unter Druck. Das ist ein Leid, ja, das anderen freut, das kennen wir ja gerade an der Börse. Und deshalb geht es unter anderem für Moderna kräftig nach oben. Vorhin haben wir schon mal 30 Prozent gesehen. Also das heißt, so, da sind wir in etwa irgendwo. Das ist hier noch nicht abgebildet auf dem Chart. Weshalb? Weil die ja eben höhere Wirksamkeitsraten, Werte gemeldet haben. Und wenn Johnson & Johnson dann etwas bringt, was deutlich schwächer ausfällt, dann sagt man natürlich, aha, das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, verkaufen sie vielleicht mehr von dem Moderna-Stoff. Ebenfalls nach oben geht es für Novavax, denn da gab es ebenfalls positive Daten. Die Effektivität bei 89,3 Prozent wurde jetzt rausgefunden in Phase-3-Studien in UK. Und deshalb die Aktie ebenfalls massiv nach oben. Machen wir einfach einen Strich. Das geht momentan so schnell, das stürzt sich alles so schnell drauf, dass es egal ist, ob sie da 150, 60, 70 einzeichnet. In der Regel hat sich das dann eh schon wieder erledigt. Visa, das geht etwas weniger schnell dann natürlich vonstatten, aber ein sehr schöner Wert. Ich mag die Kreditkartenunternehmen ohnehin. Weshalb? Weil es wird ihnen seit Jahren eigentlich schon der Tod vorausgesagt. Braucht keiner mehr, weil wir alles online machen. Ja, machen wir leider nicht. Und die haben ein Geschäftsmodell, das immer noch gut funktioniert. Und das Gute daran ist, dass jetzt bei Visa, aber auch bei Mastercard, sie haben natürlich hunderte Millionen Kunden, aber um diese Kunden zu verwalten, ist der Aufwand relativ überschaubar. Denn wer macht das Kundenmanagement für Visa und Mastercard? Richtig, die Banken. Ja, das haben sie schön mal ausgelagert. Und weil das so ist, besteht das Geschäftsmodell letztendlich aus Servern, die irgendwo stehen, die immer kleiner werden können, weil natürlich die Leistungsfähigkeit der Rechner immer größer wird, gleichzeitig das Kundenwachstum relativ gesehen dazu abnimmt. Und das heißt, sie sparen nicht nur Kosten beim Platz, sondern sie sparen auch Kosten bei der Energie. Und wenn die wollten, könnten sie ihre operativen Margen so aufdrehen, dass uns die Augen aus den Höhlen fallen. Machen sie aber nicht. Vermutlich auch deshalb, weil man will dann auch keine Aufmerksamkeit erregen. Das Geschäft ist profitabel genug. Und es sieht insgesamt, wie gesagt, gar nichts schlecht aus. Jetzt in Lockdown-Zeiten, klar, geht es ein bisschen nach unten, aber es wird auch wieder normale Zeiten geben. Auf jeden Fall waren hier Gewinn je Aktie und Umsatz über den Erwartungen, ganz wichtig, ja, in momentanen Zeiten. Das Aktienrückkaufprogramm wurde aufgebohrt, und zwar um 8 Milliarden Dollar auf nunmehr 11 Milliarden Dollar. Auch das positiv zu sehen, ja, für konservative Anleger. Aber die sind teuer, ja. Genauso wie Mastercard, die sind auch teuer. MicroStrategy, die sind auch teuer. Spielt nur überhaupt gar keine Rolle. Weshalb? Haben wir ja schon dabei gehabt. Der Bitcoin läuft, ja, und der Bitcoin läuft ja auch heute. Und die Aktie vorbörsig 15 Prozent im Plus. Sie haben auch gute Zahlen gemeldet. Also, was heißt gute Zahlen? Der Umsatz war ein wenig rückläufig dafür. Der Gewinn brachial gestiegen auf über 2,20 Dollar. Erwartet 1,40 etwa. Aber sie haben ja massiv in den Bitcoin investiert. Und deshalb, das ist so wie früher bei Nespas. Bei Nespas war es ja so, ein Medienkonzern, ja, und die hatten irgendwann einen Anteil an Tencent gekauft. Ein Drittel. Und Tencent wurde immer größer, 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 größer. Und hat irgendwann, als der Laden 2, 3, 400 Milliarden Dollar schwer war, hat der bei Nespas alles überstrahlt, was es sonst noch im operativen Geschäft gab. Und bei MicroStrategy auf einer kleineren Ebene ist das dasselbe, ja. Die haben jetzt vor einer Milliarde haben die Bitcoin irgendwo im Depot. Und wenn die sich bewegen, dann spielt es natürlich keine Rolle mehr, ob sie irgendwo noch 150 Millionen Dollar Umsatz im Kerngeschäft machen. Was ja glücklich, wo wir ja glücklich sein können, dass es eins gibt. Und das scheint gar nicht schlecht zu laufen. Aber wie gesagt, momentan, es hängt, es steht und fällt einfach mit dem Bitcoin. Übrigens bei 578 Dollar, jetzt sagen wir mal, wir kommen noch ein bisschen drüber, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, einfach, dass die irgendwann sagen, okay, der Aktienkurs ist jetzt zu hoch, wir wollen eigentlich etwas in die Breite gehen. Und dann gibt es auch noch einen Aktien-Split-3D-Systems. Tja, da gibt es ein negatives Analysten-Rating. Wunder, Wunder. Die jetzt sagen, ja, die Aktie ist vielleicht ein wenig der operativen Entwicklung. Mag die jetzt zuletzt auch etwas positiver gewesen sein, mit der Anhebung der Prognosen. Ein wenig vorausgelaufen. Und deshalb haben die zuständigen Analysten die Aktie von kaufen auf halten zurückgestellt. Durchaus nachvollziehbar war ja geshortet. Und von daher ein nettes Ziel für die Reddit-Jungs. Und deshalb ist die Aktie so abgegangen. Auf der anderen Seite gibt es eine Kaufempfehlung von Analysten für X1. Weil die Analysten hier unterschreiben, sie sagen, ja, auch da muss man sich die Bewertung natürlich anschauen. Und ja, ist ein bisschen hoch geworden. Aber die Aussichten sind tatsächlich besser als bei 3D-Systems. Die Leute müssen diesen Investment-Case nur mal verstehen. Und soweit sie das tun, dürfte hier X1 sicherlich das präferierte Ziel sein. Und dann haben wir natürlich noch eine GameStop mit dabei. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich... Oh, der ist aber klein. Der Ausschnitt. Regie. Ist da nichts zu machen? Können wir das nicht irgendwie aufziehen? Nein. Ja. Ah, okay. Also, wir können es nicht aufziehen. Es wäre die letzten 24, 30 Stunden in etwa. Dann sehen Sie hier bei GameStop letztendlich vor allem die Bewegung, die wir dann gestern gesehen haben, nachdem ja dann wieder bekannt wurde, okay, die Trader, die Broker nehmen den Handel wieder auf. Daraufhin die Aktien kräftig nach oben geschossen. Und jetzt können wir zurückgehen. Also, genau dauert einen Moment. Ja, ich glaube 300, 400. Irgendwo in dem Dreh werden wir schon wieder liegen. Also, das bricht auf jeden Fall ein schöner Handelstag, zum Wochenabschluss zu werden. Mal schauen. Ist ja momentan auf jeden Fall jede Menge Unterhaltung geboten. Jetzt auch wieder beim Bitcoin. Und da können wir uns die nächsten Stunden wirklich mal zurückgelehnt und gelassen anschauen. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns am Montagfrüh dann wieder. Bis dahin. Gute Zeit. Gute Kurse. Tschüss.